Ich weiß ja, dass du fabelhaft tanzen kannst, aber ich weiß auch, dass du mittlerweile sogar angefangen hast zu singen. Ja. Hast du auch eine Single dabei? Ja. Sehr, sehr gut. Kennt man das schon? Ja. Oh, Dingle, Dingle, Dingle. Hörst du? Du bist schon gut vorbereitet hier alle. Gut, hast du denn eine Überraschung für uns? Womit würdest du... Siehst du? Da ist schon mal. Wo bist du? Ich bin hier. Du bist da. Okay, das heißt Ethan ist hier. Ich würde sagen als Initiator dieses Projekt ist, fingst du ein wenig direkt an, oder? Okay. Womit fingst du denn an? Mit Singen. Mit Singen. Okay, es gibt ja was ganz cooles in deinem Song. Da gibt es ja ein O und ein Sing A. Sing oh, sing eh. Sing oh, sing eh. Sing oh, sing eh. Sing oh, sing eh. Sing oh, come on! Sing oh, sing eh, sing oh. Okay, okay, okay. Das wird auf jeden Fall... Dankeschön. Das wird auf jeden Fall jetzt sowas gemacht. Ihr müsst gleich auf jeden Fall bei dem Song von Ethan gleich mitmachen, okay? Das heißt, wenn ihr sagt, sing eh oder sing oh, macht ihr es genau so wie ihr es sagt, okay? Ja, also ihr müsst aber nur das sind A und das ist ein O, klar. Alles klar. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dir finden und schön mitmachen und einen wunderschönen guten Tag. Los geht's! Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dir. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dir machen kann. Die Jungs ist ein Konto, der Junge ist aufgebaut. Du dich, du dich, du dich, du dich, du dich, du dich, du dich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020